Wir haben türkische Weihnachten, ja. Gibt es denn sowas überhaupt wie Weihnachtsfest in der Türkei? Ich darf kurz was dazu sagen. Der Koran ist ja im Endeffekt das dritte Buch, was die hier auch benutzen, also die im Islam, ja. Es gibt das Alte Testament, das Neue Testament und auch den Koran. Also alle diese drei Sachen fließen ein. Das ist sozusagen Version 3.0, ja. Man denkt immer, ach, das ist was komplett anderes. Nein, es ist nur ein Schritt weiter, ja. Und Jesus ist bei denen halt auch ein Prophet, ja. Deswegen eckt man auch hier nicht an, ja. Ich habe auch gestern zum Beispiel gesehen, bei THT Deutsch hat der Erdogan den Juden hier in der Türkei zum Chanukka gratuliert. Das ist jetzt auch gerade gewesen. Oder läuft gerade jetzt, ja. Und hat gesagt, er ist sehr froh, dass die hier sind und sind immer willkommen und so. Und sie sollen das auch leben und ausleben. Also wir sind hier in einem sehr toleranten Land. Hier gibt es auch christliche Kirchen, ja. Aber gibt es hier Weihnachten? Feiern die Türken Weihnachten? Also die Türken feiern nicht unser traditionelles Weihnachten. Die Türken feiern das Neujahrsfest. Also deswegen, es gibt hier auch einen Weihnachtsmarkt in der Lande. Ja, also wir nennen den Weihnachtsmarkt, aber heißt da eigentlich Neujahrsmarkt. Der war jetzt auch am letzten Wochenende. Und der ist riesengroß. Da steht auch ein Weihnachtsbaum oder ein Christbaum oder wie man das auch dann immer nennen will. Und das sind dann auch Aufführungen auf einer Bühne. Und es gibt eben auch ganz viele Stände. Das wird dann von der Gemeinde gestellt, diese Stände. Und da waren eben ja Multikulti-Stände aus aller Herren Länder, die dann Essen verkauft haben oder selbst gebastelte Sachen. Es sind zwischen 80 und 90 Nationen, die da ausgestellt haben, die auch hier leben. Man nimmt so persönlich, oft nur war Russen, Ukrainer, Deutsche, Mann, Engländer, Norweger oder so. Aber es gibt hier Usbiken, Turkmenistan, Kassastan, bei uns im Haus, Iraner, Iraker, Jordania, also Libyer hier, Nachbar und so. Also die ganze Welt ist hier vertreten. Syrer sind natürlich auch viele hier. Ja, und es gibt hier eben nicht das klassische Weihnachtsfest, was es hier in Deutschland gibt. Aber ich habe auch schon festgestellt, es ist jetzt von letztem Jahr, wir haben ja letztes Jahr auch schon hier Weihnachten gefeiert. Zu diesem Jahr ist es nochmal auch mehr geworden so mit den Beleuchtungen. Also wir haben hier unten ein großes neues Gebäude, da wohnen sehr viele Russen drin. Und das Gebäude ist komplett weihnachtlich geschmückt, also mit ganz vielen Lichterketten und ja so Geschenklichtern und all sowas. Und ich sehe es aber auch an diesen ganzen bepflanzten Kreisen, es sind jetzt ganz viele Lichterketten. Ich fahre normalerweise hier nicht im Dunkeln rum, ich bin dann meistens zu Hause. Aber man sieht einfach, die Lichterketten sind da. Und letztes Jahr war das eben nur in der Innenstadt, dass da ein Kreisel beleuchtet war. Also es wird auch deutlich mehr. Man sieht, die Türken reagieren darauf, dass es immer mehr Christen halt hier gibt und wollen denen dann auch eine schöne Zeit und eine weihnachtliche Zeit bereiten. Genau, in der Metro, die vergleichbar ist mit unserer Metro in Deutschland, war es auch so, das ist jetzt schon vor zwei Wochen oder so ungefähr, ne? Riesending abgesperrt, die haben alles für Weihnachten aufgebaut, die haben Weihnachtsbäume verkauft, aber natürlich nur in Plastik, Lichterketten, irgendwelche Nussknacker und Dekoartikel und irgendwelche Plätzchen und Lebkuchen und solche Sachen. Also deutsche Marken sozusagen. Und zu dem Plastikweihnachtsbaum möchte ich mal sagen, ich war jetzt am, wann war ich nochmal da, Donnerstag, Freitag, ich weiß es gar nicht mehr, war ich nochmal in der Metro und da standen tatsächlich richtige Weihnachtsbäume. Ja, da waren richtige, also die waren dann nur so groß mit Topf, aber sie waren jetzt auch nicht besonders schön, aber ja, also es gibt sie auf jeden Fall und es gibt ja auch, habe ich gehört, war ein Gärtner, der auch Weihnachtsbäume verkauft hat. Ein Kargitschack, ne? Ja, die hat da eine 100 Euro kostet, war mir ein bisschen teuer. Genau, also wir haben auf jeden Fall dieses Jahr einen Plastikweihnachtsbaum gekauft, den wollten wir eigentlich längst aufstellen, um einfach schon mal so ein bisschen in Stimmung zu kommen, aber haben wir noch nicht geschafft, machen wir auch jetzt an Weihnachten natürlich. Wie haben wir denn letztes Jahr Weihnachten gefeiert? Hatten wir da schon Dekomaterial oder war das dann noch ein bisschen spartanischer? Ja, da war alles noch ein bisschen spartanischer, da war ich dann auch in der Metro, habe da auch Weihnachtskugeln gekauft, hier gibt es leider keine Glaskugeln, hier gibt es nur Plastikkugeln, also egal wo, ich habe keine Glaskugeln gefunden. Und dann hatten wir letztes Jahr, habe ich gesagt, ach komm, dann schmücken wir unsere Palme und ich habe dann aber gemerkt, ja, es ist doch nicht dasselbe, weil die steht dann auch draußen, die kann man ja nicht reinholen, das ist ja viel zu schwer mit dem Topf. Und ja, ich habe dann gemerkt, nee, es ist doch nicht so das Wahre und letztes Jahr war es noch so ein bisschen holprig, so ein bisschen schwierig, da war ich kurz vor Weihnachten, im November war ich auch noch mal in Deutschland, da hatte meine Mutter dann noch ein paar Plätzchen gebacken, ich hatte dann auch hier noch ein paar Plätzchen gebacken. Und jetzt war es so, dass meine Eltern im November hier waren, ich habe mit meiner Mutter gemeinsam Plätzchen gebacken und da fing das dann eben schon so an, dass ich gemerkt habe, ich bin dieses Jahr deutlich mehr in Weihnachtsstimmung, einfach weil nicht mehr so viel drumherum ist. Ja, also wir sind letztes Jahr, waren wir eben immer noch so im Ankommen und ja, jetzt wissen wir einfach auch so, was auf uns zukommt, was wir erwarten können, was wir nicht erwarten können. Ja, und deswegen, aber in Deutschland auch immer so gewesen, es war immer so, huch, jetzt ist Weihnachten, huch, jetzt müssen wir irgendwie in Weihnachtsstimmung kommen. Das war auch immer so, irgendwie so noch auf den letzten Drücker irgendwie alles noch erledigen, das war in Deutschland auch schon so, weil da die Kinder ja auch immer erst so am 23. oder so Ferien gekriegt haben. Und dann war das halt schon teilweise auch sehr stressig, ja. Genau. Also wir sind auf jeden Fall dieses Jahr mehr in Weihnachtsstimmung, obwohl es hier jetzt nicht kalt ist. Wir haben so knapp unter 20 Grad, so wahrscheinlich heute 18, 17, 18. Ich wollte gerade, wir sind heute nicht in unserer Wohnung, ich wollte gerade auf das Thermometer gucken, aber ich glaube, es sind so, ja, heute ist es ein bisschen stürmisch, so wahrscheinlich so 18 Grad rum. Genau. Und bei uns in Nidda, im Wetteraukreis, wo wir gelebt haben, vorher, da war es nie wirklich Weißweihnachten, ein, zweimal, vielleicht dreimal in den letzten zehn Jahren oder so, da hat es mal ein bisschen geschneit und so. Und ja, auf jeden Fall, wir haben diesmal auch wirklich Geschenke richtig gut besorgt für alle Beteiligten, ja. Selbst für dich habe ich immer kleine Kleinigkeiten. Ich habe auch was für dich. Echt? Oh, wie erfreue ich mich, ja. Und also wir konnten uns einfach ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr gucken und wir merken auch jetzt, wir planen hier länger zu bleiben, weil wir jetzt teilweise Sachen auch uns angeschafft haben. Genau, wie mit dem Weihnachtsbaum. Letztes Jahr war das auch so eine Sache, wo ich dann dachte so, ne, also man macht das nicht bewusst, aber so unbewusst war das in meinem Kopf so, ja, wir können uns jetzt gar nicht mehr so viel Zeug anschaffen, ne, weil das wirklich uns ja dann irgendwie noch so ein bisschen hinterher hing, dass unsere Freunde im September unser Haus ausgeräumt haben und was da so alles im Container gelandet ist, da blutet mir teilweise heute noch das Herz oder was ich dann halt einfach extrem günstig, meinen Stoff günstig verkauft habe, ja. Und das sind auch so Sachen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, also denke so, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass dieser Austausch so rege ist, ne, dass meine Eltern regelmäßig kommen, dass mein Bruder mit seiner Frau regelmäßig kommt, das wussten wir damals nicht, dann hätten wir einiges wahrscheinlich noch behalten, was wir uns dann hätten mit rüberbringen können. Jetzt habe ich aber noch eine Bitte. Unser Sohn hat sich nämlich Knödel gewünscht zu Weihnachten und das ist hier absolut nicht zu bekommen. Also Knödel muss man Klöße, Knödel, also nicht Semmelknödel, sondern halt wirklich weiße Klöße, die man so im Restaurant bekommt, ja, je nach Region heißt das anders, ja, ja. Knödel oder Klöße. Und das gibt es eben hier jetzt in der Metro gar nicht und da habe ich gedacht, naja, kann ja jetzt irgendwie auch vielleicht gar nicht so schwer sein, beziehungsweise habe ich gedacht, ich gucke einfach mal nach dem Rezept und es soll angeblich auch nicht so schwer sein. Jetzt gibt es aber relativ viele verschiedene Rezepte, die einen machen wir ins Kartoffelmehl, die anderen nur mit Speisestärke und so. Falls ihr ein gutes Rezept, ein gelingsicheres, einfaches Rezept hat, was schnell geht, dann dürft ihr das bitte gerne mal unten in die Kommentare schreiben, da wäre ich sehr dankbar und mein Sohn auch. Sehr gut, dann machen wir die nämlich nach an Weihnachten, ja. Ja genau, ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal ein frohes Fest, ja. Feiert schön und genießt die Zeit mit euren Lieben und ja, bis bald. Tschüss.